Gehen Sie da runter? Was geht hier ab? Was machen Sie da? Wir haben hier Feindaktivität! Schickt alle verrennbaren Einheiten! Ach! 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 Aaaaah! Abwagin! 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 Ich suche Ken Pang. Sloth Demon hat gesagt, Sie wüssten, wo er ist. Ken Pang. Ja, den kenne ich, aber dich kenne ich nicht. Ah, ja, Ken Pang. Jetzt fällt's mir wieder ein. Er hat wegen seiner Spielschulen ziemlich große Probleme. Ich hab gehört, die wollen ihn wohl umlegen. Ich würd's mal in der alten Lagerhausspielhalle in der Wüste versuchen. Wenn du dich beeilst, lebt er vielleicht noch. War schön, mit dir Geschäfte zu machen. Beim aktuellen Kurs eures Panao-Thalers wäre es teurer gewesen, dich zu erschießen. Hör zu, Scorpio. Ich bin die ganze Zeit bei dir. Wir müssen Ken Pang am Leben halten. Betrachte es als geschäftlichen Bonus. Wir haben Feindaktivität in diesem Sektor. Alle Einheiten, vorrücken! Dritte! Alananda! Joker! Radier! Es ist noch zu. Wenn der Türsteher der Opiumhöhle recht hat, bringen sie Pumbert in den Hof, um ihn zu ermorden. Bereite alles vor, indem du die Wachen tötest. Und lock dann die zockenden Gangster nach draußen. Ich kann nicht schießen! Wachen Sie! girlfriend Wenn er blutet, rönde ihn rein! Wie kommt ihr gerufen?